Alfs Chili im Pflanzenöl verwendete Zutaten karibischer Chili gelb und grün Pflanzenöl alternativ kann auch Olivenöl verwendet werden spielt aber beim scharfen Chili keine Rolle und Salz das Mengenverhältnis auf 100 Gramm Chili kommt ein Viertel Liter Öl und ungefähr 25 Gramm Salz was einem Esslöffel entspricht die gut gewaschenen Chili die auch Fatali heißen werden in kleine Stücke geschnitten die Chilis kommen jetzt noch guter und der Esslöffel Salz jetzt wird kurz gekuttert jetzt werden die Chilis in Öl noch in saubere trockene Gläser abgefüllt gut verschlossen halten die Ölchilis im Kühlschrank mehrere Monate gute die aber & Vielen Dank.